Willkommen auf meinen Gartenkanal bei Janus Moratti, bei der exotischen Pflanzen zu vermehren und wie es weitergeht und bei der heimischen Sachen zu vermehren und wie es weitergeht. Schaut sie in Kanalinfo, da ist Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, Twitch und TikTok und schaut sie auf meiner Homepage vorbei, schaut sie bei meinem Merchop vorbei, schaut sie bei ich vorbei und am Ende des Videos kannst sie drei Videos andrücken und mein Logo andrücken und abonnieren. Dann teilt das Video mit eurer Freunde, Familie, bei Facebook, bei WhatsApp, auf Instagram, auf Snapchat, überall. Und heute sammeln wir Ringelblumen sammeln, Ringelblumen, das zeige ich euch. So, dann haben wir wie immer Anzuchterde. Dann haben wir Anzuchterde in einen Topf. Nicht zu viel, nicht zu wenig. So, jetzt machen wir das Backerl auf. So schauen die Samen aus. Und jetzt strömen wir einfach auf die Erde. Ich zeige es euch. So schaut das jetzt aus. Jetzt kommt der Erde drüber. Etikett und Nummer Warnstellen angießen und dann kann es wachsen. Tschüss Leute, abonniert meinen Kanal, Daumen hoch, schaut in die Videobeschreibung, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Schaut Kanal Info, schaut bei ich vorbei und am Ende des Videos kannst du drei Videos andrücken und mein Logo andrücken und abonnieren. Teilt das Video mit eurer Familie, bei Facebook, bei WhatsApp, auf Instagram, auf Snapchat, überall. Und schaut bei meinem Merchshop vorbei und schaut bei meinem Homepage vorbei. Tschüss Leute, bis zum nächsten Video. Der Gärtner Janus Moratti. Tschüss Leute, bis zum nächsten Video.